Was waren die typischen Fragen in der Beratungspraxis in letzter Zeit und andererseits auch ein paar Angebote, Online-Angebote, die sehr hilfreich sind. Es geht darum, dass man sich mit seinen Datenanwendungen, die man tatsächlich hat, auseinandersetzt. Datenschutz ist gleich IT-Sicherheit, ist gleich Unternehmensstabilität. Im Endeffekt geht es aber einfach darum, wo die Leute Angst haben, Geld zu verbrennen. Wo geht es sozusagen hin, dass man ein bisschen ein Gefühl auch bekommt, wo schaut die Behörde genauer hin, was ist spannend, was ist relevant. Betroffenenanfragen rauf, runter, Löschung, Widerspruch, Auskunft, all das, was die Unternehmen beschäftigt, wie gehe ich jetzt wirklich damit um? Das heißt, jetzt geht es einmal darum, um Lücken zu schließen, Folgenabschätzungen nachzuholen, Schulungen nachzuholen, zu schauen, was fehlt mir denn noch? Ich bin irgendwo bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit im Rahmen der Geschäftsführung, weil das Ding ist von 2016 in Kraft getreten und anwendbar seit Mai 2018. Eine richtig durchgeführte Anonymisierung ist mit einer Löschung gleichwertig. Es geht ja nicht nur um das Papierwerk, sondern auch um das faktische Leben. Das kann man einfach nicht oft genug wiederholen.